Wollen wir mal vielleicht ein bisschen konkreter werden. Was ist denn mit Spielern der Größenklasse, der Güteklasse, Niklas Schmidt, Erik Oelschlegel, die in der U23 Stammspieler sind, Führungsspieler sind, Leistungsträger sind, gehen die auch mit in Liga 4? Das war ein Hübscher. Seit dem vergangenen Wochenende steht der Abstieg der U23 aus der dritten Liga fest. Die Zukunft heißt vierte Liga, Regionalliga. Wie geht es Ihnen persönlich damit? Ja, es tat weh und es tut weiterhin weh, aber wir blicken jetzt voraus, wir blicken auf das nächste Spiel, wir versuchen noch so viele Punkte wie möglich zu holen, die Platzierung so gut wie möglich zu gestalten und dann werden wir die neue Saison planen und angehen. Was wird denn das Ziel sein für die neue Saison? Das Ziel wird sein, eine gute Rolle in der Regionalliga zu spielen, sich auf den Aufstieg komplett festzulegen, ist alleine schon aufgrund der Aufstiegsregelung schwierig, deshalb wollen wir eine gute Rolle mitspielen und gucken, ob es geht. Nadelöhr, Regionalliga, da wieder rauszukommen ist einigermaßen schwer. Nichtsdestotrotz, wie werden Sie es angehen, wie werden Sie es versuchen, wie viel wird jetzt tatsächlich in diese U23 investiert? Also der Austausch mit der Lizenzabteilung, mit den Profis ist überragend. Wir sind da einen ganz engen Austausch. Die U23, das hat Frank Baumann ja auch mehrfach betont, ist weiterhin die wichtigste Ausbildungsmannschaft. Wir werden weiter versuchen, über die vierte Liga dann Spieler an die Profis heranzuführen. Das ist unser Auftrag und wir werden alles dafür tun. Sie waren jahrelang Co-Trainer in der Bundesliga bei Schalke 04, haben die U23 nun übernommen und gehen jetzt mit in die vierte Liga. Gab es da eigentlich für Sie jemals ein Fragezeichen, will ich das wirklich? Nein, gar nicht. Ich wusste um die Ausgangssituation. Wir wussten, dass es schwierig werden kann, die Liga zu halten und die vierte Liga war kein Ausschlusskriterium. Es geht um die Ausbildung der Spieler in der U23. Beide Ligen haben ihre Vor- und Nachteile, die dritte und die vierte Liga und deshalb stand das nicht zur Diskussion. Jetzt wissen wir, so ein Abstieg ist auch meistens immer eine Zäsur für eine Mannschaft, speziell bei einer U23, die sowieso alle zwei, drei Jahre sich quasi erneuert. Wie groß wird jetzt der personelle Umbruch sein in dieser Mannschaft? Es wird schon erheblichen Umbruch geben. Wir sind da noch in der Findungsphase gerade. Es wird alles besprochen und es wird eine Mischung geben aus Spielern, die sich bewährt haben, die weiterhin hier bleiben werden. Dazu werden U19-Spieler kommen, die die Mannschaft aufhöhlen. Es wird externe Zugänge geben und von da werden wir am Ende, glaube ich, eine gute Mischung haben, um dann die Regionalliga bestehen zu können. Die U23 soll der Zulieferer sein für das Bundesligateam. Florian Kohfeldt hat ganz klar gesagt, er will in Zukunft mehr Maxi Eggesteins in der Mannschaft sehen. Das soll nicht mehr die Ausnahme sein, sondern es soll die Regel sein. Ist das überhaupt noch möglich aus der vierten Liga heraus? Ja, auf jeden Fall. Die Jungs können mehr Fußball spielen. Der Druck ist etwas geringer in der vierten Liga und daher, glaube ich, sind gute Möglichkeiten gegeben, damit die Spieler sich entwickeln können. Magnet Werder Bremen, auch als Viertligist, ist die Anziehungskraft immer noch stark, glauben Sie? Ja, einerseits als Verein, andererseits aber auch, weil ich glaube, dass nach außen deutlich wird, welche Möglichkeiten hier für junge Spieler bestehen. Dass es hier einen engen Austausch gibt, dass die U23 die wichtigste Ausbildungsmannschaft ist, dass der Kontakt nach oben eng ist und dass es hier durchaus eine Durchlässigkeit nach oben gibt. Blicken wir nochmal ein bisschen zurück. Sie haben erst im Laufe der Rückrunde die Mannschaft übernommen als dritter etalmäßiger Trainer der Saison. Wäre eigentlich noch irgendwas am Abstieg zu drehen gewesen? Ja, wir haben uns entwickelt. Wir haben uns leider in einigen Bereichen nicht schnell genug entwickelt, sonst hätten wir durchaus mehr Punkte holen können. Das haben wir am Ende nicht getan und somit, jeder Abstieg ist eigentlich unnötig aus Sicht der Beteiligten. Dieser Abstieg war unnötig, aber letztendlich haben wir jetzt keine Chance mehr. Wir müssen die Situation so annehmen, uns für nächstes Jahr gut aufstellen und dann wieder angreifen. Sie sagen, Sie haben keine Chance mehr. Es hat in der Vergangenheit häufiger Fälle gegeben, dass der drittletzte der dritten Liga am Ende dann doch nicht abgestiegen ist, weil Vereinen von oberen Plätzen die Lizenz nicht anerkannt wurde und nicht erteilt wurde. In diesem Fall gibt es auch noch möglicherweise ein kleines Schlupfloch. Dem FSV Zwickau drücken Finanzprobleme. Die Lizenz gibt es nur unter Auflagen. Schauen Sie da jetzt doch nochmal mit etwas größerem Interesse nach Zwickau? Wir sind auf alles vorbereitet. Wir versuchen den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen. Wir versuchen unseren Platz zu halten und gucken dann, was bei den anderen am Ende passiert. Ich habe keine stichhaltigen Hinweise, dass da was sein könnte, aber wenn es denn so kommen sollte, werden wir uns nicht dagegen wehren und wir sind definitiv darauf vorbereitet. Wie viel Zeit geben Sie sich denn da selbst? Notfalls bis zum ersten Spieltag. Das heißt, Sie können im Moment im Grunde noch gar keine feste Mannschaft planen, weil Sie erst noch mal vier Wochen abwarten müssen, was da passiert? Nein, wir suchen die talentierten Spieler. Wir suchen die Spieler, die die Möglichkeit haben, auch nach oben durchzurutschen. Und das erfolgt auch Ligaunabhängig für Liga 4 oder Liga 3. Wollen wir mal vielleicht ein bisschen konkreter werden. Was ist denn mit Spielern der größten Klasse, der Güteklasse? Niklas Schmidt, Erik Oelschlegel, die in der U23 Stammspieler sind, Führungsspieler sind, Leistungsträger sind. Gehen die auch mit in Liga 4? Ja, das wird am Ende der Vereine entscheiden. Das werden die Spieler entscheiden. Vereine, Spieler, Berater müssen eine Lösung finden, was für den Spieler am besten ist. Und wenn sie dann bei uns auftauchen, dann nehmen wir sie gerne auf und werden mit ihnen spielen. Das ist jetzt aber noch sehr unverbindlich, Herr Hübscher. Das bleibt auch die nächsten Wochen noch so. Alles klar, besten Dank.